Das ist da! Los, hin! Ich renn wie der Wind! Ein Pummelhoff! Ein Pummelhoff! Äh, mein Piat funktioniert. Verdammt! Doch! Bitte bleiben! Gut, ich hab viele Puppe von daher. Jo! Jo! Aha! Yes! Ich will jetzt mal begrüssen, wenn ich nicht auf, wer höher kommen würde. Okay! War hier nicht noch irgendwas? Da ist auch was! Das ist Richtung Norden! Oh, nicht Norden! Ich seh doch das! Was? Die sind überall Pokémon! Gell! Das ist doch mal was Sinnvolles! Ich glaube, ich habe vergessen, welche Richtung ich wollte. Ich glaube, es war die Richtung hier. Ja. Oh, ich komme zu euch in den Garten! Ah, da war auch was! Ah, da war auch was! Ich habe was gesehen! Na, also! Super! Okay! Los! Es gibt's! Na, doch, ich treffe überhaupt! Das! Ja! Ja! Wir googeln noch weiter! Man! Super! Du musst dich noch einfangen! Yes! Doch! Wir googeln noch! Für die G-Punkte! Für die G-Punkte! Für die G-Punkte! Ja, ja! Hab ich da vorhin noch was gesehen? Ich habe gesehen, dass da noch was im Gras war! Hö, hö, hö! Es war was im Gras! Ja, ja! Ach so, hier! Hier haben die Lokduff verteilt! Lauterbachplatz! Das ist ja schön! Yesssss! Yesssss! Tick, tick, tick! Und? Gibt es? Ah! Ah! Jetzt habe ich auch alles gesehen! Jetzt habe ich auch alles gesehen! Das ist da! Das kann ich mir merken! Das kann ich mir merken! Das kann ich mir merken! Das ist... Das ist... Hier! Hier! Bitte auf der Wiese! Gut, das ist ein bisschen Betrug jetzt! Das gebe ich zu! Aber... Ich mache das nichts irgendwie Böser ab! Ich muss jetzt mal ein bisschen da weiter dahin lautschen! Nämlich... Dahin! Das ist die Wiese, oder? Äh... Nein! Ich kann mich vielleicht noch ein bisschen bewegen! Das ist ja... Lockduft schon alle, alle! Ich glaube das war's! Schade! Das ist so schade! Dann halt! Weiter! Nach! Überhaupt! Weiter nach! Ich habe es gesehen rechts! Ich habe ja schon die Stufen erreicht! rechtmäßig! Ich glaube das ist hier die Kreuzung, oder? Okay! Das ist... Aha! Das meine ich so! Und das ergibt... Nein! Nein! Fast! Okay! Ich gehe zurück zum Kreisel! Das war ein Puppistop! So! Das ist da! Weiter! Eine Kreuzung! So! Zingende Jodler! Genau! Ja! Zahnweh! Ganz wie Zahnweh! Gut! Und? Dann bekomme ich hier mal ein Level Up! Ein länger... Lange überfälliges Level Up! Okay! Das ist da in der Mitte! Mal da hin! Das ist... Ja! Glaube ich! Ja! Voll getroffen! Bin ich gut oder bin ich gut? Seht ihr? Ich kenne die Schweiz! So! Und? Willkommen! Nein! Nicht das! Ein Knopf Föcker! Das ist... Wir haben hier gebucht, oder? Yes! Na! Yes! Geht doch! Nein! Ich kann jetzt den Arenaleiter besiegen! Sehr schön! haben wir 5 keine Meldung oder was ist der Betrug dann gibt man sich solche Mühe so ich weiss genau dass es zu Hause zu Hause ist gerne besser erinnere ja ich woppe mich jetzt zurück weil ich nicht das Halle Stück für Stück klicken will was soll es auch werden oder doch wahr gebt ihr mir nicht recht so dann setze ich mich mal da hin ja ich fliege ich fliege so 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 sie reichen oder oh Internet so mal sehen ich kann einen Drauguran ah ja ich kann ja ein Team wählen ich wähle Team kann ich Team wählen ich kann kein Team wählen Evoli ich glaube Evoli so wow da sind die Menge Pokémon gefangen und viele Erfahrungen als Pokémon Trainer gesammelt gut gemacht du bist bereit am Pokémon Kämpfen teilzunehmen habe 3 hervorragende Assistenten jeder von ihnen leitet ein Team und eine andere Vorgehensweise bei der Forschung von Pokémon ein Teil ihrer Forschung bestätigt die Herausforderung von Pokémon Kämpfen in Arenen ich freue mich schon dich als Teammitglied zu begrüssen ich heisse die Spark ich heisse Team Intuition der Pokémon sind Wesen mit der vorragenden Intuition wähle das Geheimnis ihre Intuition damit zusammen NBC ausgeblütet wird komm und trete meinem Team bei du kannst nicht verlieren wenn du dich auf deine Intuition überlässt ich bin Blanche ich leite Team Weisheit ich bin Team Weisheit die von Pokémon ist unermesslich ich erforsche warum sie sich entwickeln mein Team aufgrund unserer gesonnenen besonnenen Analyse in dieser Situation sind wir unschlagbar Hallo ich bin Candela ich werde Team Wahrgeburt Pokémon sind stark als Menschen außerdem sind sie sehr warmherzig ich erforsche wie die natürliche Kraft der Pokémon vergrössert werden kann um wahre Stärke zu erreichen es besteht kein Zweifel dass die von unserem Team brenierten Pokémon die stärksten im Kampf sind bist du bereit? ja das weiss ich nicht eigentlich habe ich mir was vorgenommen welches Team ich nehme aber das weiss ich nicht mehr ob ich es schon soll na wie nehme ich? Team Intuition Team Meisheit Team Meisheit Team Meisheit Team Meisheit Team Meisheit Wagemut? Nein nicht sagen Wagemut aber nein Intuition Weisheit hm alle schimpfen immer über Intuition ich nehme Intuition ja genau meine Lieblings war ich bin zwar ich habe so gern blau aber na ja so hu hu das könnte noch was werden hier ja schön so arena zu weit entfernt ist doch ein ach nee das ist gar nicht ein Evoli das ist ein Flammarich hey Evoli so kommen wir hier so viele Evolis vor Schubing äh ja meine Schubing meine ja schön ok wissen ob ich hier kämpfen kann also ich frage jetzt ah jetzt habt ihr auch schon gemerkt ne ah geil so ich möchte kurz noch was anmerken ja alle die sagen ja wie ihr macht wenn ich irgendwie äh wie du mit dem Handy herumläufst ich meine ihr könnt das ja eh nicht sehen wie ich mit dem Handy herumlaufe also was solls also ganz ehrlich ich meine was bringt das und ich mag und ich habe nie ge und ich habe nie vorgehabt einen Vlog zu machen einen Videoblog hatte ich nie vor hatte ich nie vor und die Maus ist weil es ein Computerprogramm ist sorry but not worry und ja so ich geh mal zum Bahnhof ich zieh weg von zu Hause hehehe so alter geil gemacht so Team Gelb mit diesem Arsch aufreissen ich glaube ich werde nicht gewinnen oder wäre eigentlich ein Team habe ich ein Team ich habe viele Pokémon aber habe ich ein Team was soll das jetzt heissen was soll das jetzt heissen ach so na gut yes was 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 heisst das jetzt gut oder schlecht nein ausschalten ok ich werde sowas von Arsch aufgerissen bekommen das ist Level 13 oder scheisse ok 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 ja go ich weiss ja go ich weiss hey 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 mit aufgemischt das ist ja das ist ja damt wie kiki sind sie hin jetzt hör auf zu nerven ich krieg das nicht hin ach so ja ich habe keine Ahnung das ist ja geil ich habe keine Ahnung wie man kämpft Tabuga wird das tabu da wo ein kosminik kosminik zusammen vielleicht noch mal überlegen nach so richtig auf gemischt das ist ja okay gut ich muss man auch ich muss mich kurz am aufgekratzen und wieso üblich bei pokémon spiel habe keine ahnung was ich überhaupt tun soll es hat noch mal tipps so ich muss nie gelben die arena finden um zu trainieren hör doch auf wo soll ich denn jetzt zum teufel eine gelbe arena ausfindig machen hätte ich das gewusst hätte ich team ruck genommen verdammt noch mal nein ich hätte nicht team ruck genommen aber scheisse soll ich denn das hinkriegen na gut der party ist eh zu voll und ich weiß nicht ob es das nächste fach gibt also bitte zu nintendo nein spaß nein aber schade dass ich hier und und wie soll ich das also meine soll ich im flugzeug steigen und nachschauen wo es pokémon intubitionsarien gibt also bitteschön kann ich nicht trainieren hier kann ich nicht trainieren oder kann ich kaum trainieren nein hier kann ich nur kämpfen okay gut dann sag ich wenn es gefallen hat daumen hoch bis zum nächsten part hoffentlich macht spass euch vielleicht auch bis zum nächsten part bis tschüss tschüss